hallo und herzlich willkommen zum adventure friday so wir haben hier drei questen also die eine immer noch absolviert acht spieler eine absolviere mit starcraft helden und ein assassin also ich würde sagen wir nehmen ein starcraft assassin und dann gehen wir mal auf spielen suchen uns ein charakter aus machen wir mal starcraft und assassin aber nein perfekt das ist sogar einer den wir gekauft haben den müsste ich noch kaufen aber wir nehmen den weil wir den bereits haben gut dann spielen wir mit reino mal wieder gegen ki um diese zeit ist mal ein bisschen schlecht mit anderen leute zu spielen es ist kurz vor zwölf also es ist eigentlich doch donnerstag aber wenn die runde zu ende ist dann ist freitag und ja so kämpfe mit unkraut unkraut leer ich glaube ich werde mir nachher den zweiten monitor jetzt zu legen mal schauen ob ich das ich spiele zur zeit nur für einen 22 zoll monitor ob ich mir jetzt auch für noch einen 22 zoll monitor hole oder etwas größeren das weiß ich noch nicht weil ich glaube ich glaube ich bleibe bei 92 zoll da reicht mir vollkommen ganz vor hatte ich jahrelang nur auf 19 zoll gespielt nicht so weit und dann hatte ich von 19 zoll auf 22 zoll das war für mich voll die umstellung gewesen ich habe mir gedacht so ein mist was ist denn das jetzt hier so viel das weiß ich wahrscheinlich auch wieder nur ein 22 zoll unterholen das weiß ich Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich hoffe, ihr seid bereit. So, jetzt muss ich noch schnell hier weg. Und die Unkrautler tötet. Was sind welche? Oh, weia. Ach, Mist. Dort sind welche. Ich hoffe, ihr seid bereit. Was muss das sein? Was muss das sein? Super! Den haben wir besiegt, jetzt noch den da unten, wenn der noch da ist. Naja ok, wir haben 96, das ist eine sehr schlimme Zahl. Was cool bei Rayna ist, der kann nicht so gut sein. Dann können wir so ein Buff geben. Dann werden alle schneller und machen mehr Schaden. Jetzt machen wir erstmal den eigenen Turm hier kaputt. Oh, 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 oh. Ach, voll an ihm geschossen. Hört sich gut an. Ach, voll an ihm schaden. schnell meine leute oh ja fett geil bald schon wird es nach sein spino Juppt das Schablaat, der ist jetzt nicht los. Das sind genug Armen, lasst jetzt dein Ungeheuer heranwachsen! Zeit für die Ernte! Erweckt mein Ungeheuer zum Leben! Erweckt mein Ungeheuer! 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 Kommt her meine Leute! Erweckt mein Ungeheuer! Gekämpft ohne meine aufzuladen! Oh die sind oben durch! Ah wir sind unten auch durch! Erweckt mein Ungeheuer! 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 Ob ich die allein schaffe? Erweckt mein Ungeheuer! Allein vielleicht nicht! Aber ich habe jetzt schon Hilfe hier! Erweckt mein Ungeheuer! Oh! Erweckt mein Ungeheuer! 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 ein bisschen zu früh ich komme mal schnell zurück ein bisschen mehr leben okay ob das reicht und jetzt wir laufen mal los und sammeln unsere wie heißen die noch mal und kräugler den lassen wir erst mal stehen ach die sind schon kaputt ich will einen ganz kleinen einsammeln ja ja ist aber richtig super durchgewascht mit dem es ist eine Wahrheit ja Baby soll ich mal zurückgehen ach hat schon einer geholt das Ungeheuer wird euren Gegner den Lebenssaft entziehen gleich danach können wir den nächsten holen die 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 verpackung die nicht nachlassen so wir wollen noch ein was mich schießt mich so und 14 Sekunden kommt der nächste und diesmal will ich den Spiel war mein schnelles Ende jeden Monten lang oder durch die Mitte umdauert zu lange schon bald könnt ihr das Garten ungeheuer kontrollieren kommt kommt so schau Momentan. Ich glaub ich fand hier was falsch Ach ne, hab ich nicht gemacht Yes, wir haben gewonnen Und auf der Uhr schauen, siehst ihr, es ist nach 12, also friday 10 gold ist okay, ist okay, komm mit Leben, komm mit Leben So, ich hoffe euch hat die Runde gefallen, das war eine Runde mit Rainer Rainer, ein Assassin Stargate Kämpfer So Danke fürs Zuschauen Und ich würd mich freuen Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß Und auf Wiedersehen, ciao, ciao Ciao